So, kommen wir nun zu unserer letzten Reaktion auf den Dara. Ich glaube, das ist dann genug Dara-Content für die nächsten Wochen wieder, denn ganz ehrlich, so viel Dummheit wie auf diesem Kanal findet man echt selten auf YouTube. Dara hetzt in diesem Video nämlich gegen Sarah Wagenknecht und wird sie als transfeindlich und alles Mögliche beschimpfen. Welche Argumente, und ich setze das jetzt in ganz fette Anführungszeichen, er dafür vorzubringen hat, das werden wir uns jetzt gemeinsam ansehen. Sella, was meinst du? Wie schlimm wird es diesmal werden? Ja, also Dara wird sehr bad-faced sein, natürlich, aber besonders bei dem Thema, um seine Community zu beruhigen, wird er natürlich komplett gegen Sarah jetzt natürlich auf Sarah gehen. Meine Prognose. Dem würde ich mich, glaube ich, anschließen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, einmal pro Jahr sein Geschlecht frei wählen zu können, auf diesen... Den Eintrag. Man wählt nicht sein Geschlecht plötzlich neu. Grandiosen Freiheitsgewinn haben Millionen Bürgerinnen und Bürger sicher seit Jahren sehnlichst gewartet. Zumal... Ja, es gibt viele Gesetze, die bringen den meisten Menschen nichts. Also beispielsweise, dass jemand, der eine Behinderung hat, einen Rollstuhl bekommt. Das ist ein System, das haben wir geschaffen. Das bringt den meisten Menschen aber nichts, weil die meisten Menschen brauchen keinen Rollstuhl. Deshalb ist dieses Ganze... Das kann ich praktisch bei ganz vielen Gesetzen machen. Ja, das bringt ja den meisten Menschen nichts. Das ist immer ein ganz toller Trick, den man dann anwendet. Das ist halt purer Populismus, das ist pure Hetze. Ja, purer Populismus, pure Hetze. Wir haben unsere Regierung, die unser Land deindustrialisiert, die die Bevölkerung verarmt und die es jetzt als großen Freiheitsgewinn verkauft, da ihre komische Genderideologie in ein Gesetz begossen zu haben. Das ist in der Tat eine Verhöhnung der Bevölkerung. Und das Wagenknecht, das kritisiert, ist richtig und wichtig. Also das könnte ich nur dazu sagen. Es ist einfach unterirdisch, psychopathisch. Braucht man nicht. Vernünftige Demokraten durchschauen sowas und wissen, da werde ich gerade manipuliert, wenn jemand... Vernünftige Demokraten, wie sich vernünftige Demokraten ausdrücken, ich glaube, das schauen wir uns jetzt mal an. So drücken sich vernünftige Demokraten aus. Ich hatte es gerade schon mal gezeigt, ich zeige es euch jetzt noch mal. Weil das wirklich... So drücken sich vernünftige Demokraten aus. Also wenn Dara uns solche Vorlagen liefert, dann müssen wir die einfach annehmen, würde ich sagen. So, pass auf. Ihr könnt davon ausgehen, wenn morgen... eine Regierung an die Macht kommen würde, die Transmenschen einsammeln würde, um sie in Vernichtungslager zu schicken. Marie-Louise Vollbrecht würde sich nicht hinstellen und sagen, oh, das wollte ich aber nicht. Das geht mir jetzt aber zu weit. Hm, jetzt gehe ich in den Widerstand gegen diese Regierung, weil so schlimm wollte... Nein, die will die alle tot sehen. Da könnt ihr von ausgehen. Und das... Ja, das... So drücken sich vernünftige Demokraten in der Debatte aus. Ich glaube, damit... Na, vor allem... Vor allem finde ich es interessant, dass er so kritisch gegenüber Wagenknecht und allen anderen, ne, sind die... Abweichen, aber der Regierung selber nie kritisch gegenüber ist. und alles im Grunde denen nachbittet. Also das finde ich sehr interessant. Ja, das... Ich durchschau die Wagenknecht durchschaue ich. Aber die Regierung, ah, na, die... So nach Motto, ne, also das versteht auch irgendwie nicht. So eine Rhetorik wert. ...einem Land, in dem man nach ihren Plänen über die eigene Heizung oder den Antrieb des eigenen Autos in Zukunft nicht mehr frei entscheiden kann. Aber dann ist es ja richtig, wenn man nur den Eintrag ändert, aber alles beim Alten bleibt. Ich bin so gemein, verstehe es nur nicht. Ja, das ist ja das Ding. Es ist ja nicht so, dass eine Transperson, dass die sich für das falsche Geschlecht entschieden hat. Sondern eine Transperson hat ein Geschlecht und das falsche Geschlecht wurde bei der Geburt zugewiesen. Ziemlich simpel. Man ist ein Mann, aber bei der Geburt wurde zugewiesen, du bist eine Frau. Und dann geht die Transperson zum Amt und sagt, ey, wäre cool, wenn ihr den Eintrag ändert, weil ich bin ein Mann und das wäre super, wenn in den amtlichen Dokumenten auch steht, dass ich das bin und nicht, dass ich eine Frau bin. Also ihr merkt hier gerade diese konstruktivistische Ideologie von Dara. Die Gedanken von der Person, die sind die Realität. Und wenn man das nicht anerkennt, wenn das der Wokken-Ideologie entspricht, dann ist man transfeindlich. Nein, Menschen haben ein biologisches Geschlecht und es gibt Menschen, die haben eine psychische Störung, eine Gender-Dysphorie. Und wenn sie die haben, dann sind sie trans. Dann ändern sie zwar nicht ihr biologisches Geschlecht, aber ihr soziales Geschlecht. Das ist jetzt das Konstrukt, was wir da entwickelt haben. Aber ihr biologisches Geschlecht ist das, was sie nun mal biologisch haben. Daran kannst du auch nichts ändern. Ich finde es interessant, dass sie aber auch nicht darauf eingehen, was Sarah gerade gesagt hat. Also, dass du das eben ändern kannst, aber eben nicht, welche Heizung du hast, sondern welches Auto du fährst. Das finde ich interessant, dass sie darauf nicht eingehen. Weil das wäre doch viel die essentiellere Frage. Weil da hat sie ja recht. Das sind alles böse, rechtsradikale Verschwörungstheorien. Und genau so war es ja bei Corona auch. Also ich weiß, du warst da damals noch nicht ganz so kritisch, aber du bist ja im Nachhinein auch kritischer. Ja, also auch da, konntest du dich ja auch nicht wirklich entscheiden. Nee, da haben sie gesagt, hier. Aber da haben sie gesagt, hier, entweder du lässt dich jetzt impfen oder kannst vielleicht nicht arbeiten, kannst dich dorthin, kannst dich dorthin. Ja, da konnte man sich das auch nicht wirklich aussuchen. Es sei denn, man hat die Repressalien halt ertragen. Und jetzt genauso, ne? Ja, musst jetzt langsam mal auf Elektro, ne? Du musst ja auch mal hier eine andere Heizung einbauen. Das kannst du dir nicht aussuchen. Aber alles andere, was einen marginalen Teil der Gesellschaft betrifft, das ist jetzt ganz wichtig. Und das verstehe ich halt nicht. Der Stellenwert, den man dem beimisst, das macht mir nicht, also mir ist es relativ egal, ob das jetzt für die Trans-Manche ist es gut, sag ich mal. Ich finde das okay so. Aber diesen ganzen Stellenwert, den man der ganzen Sache beimisst und die Crew sich da jetzt auf die Schulter klopfen und denken, sie haben sonst was bewirkt, habe ich ja eben schon in dem Video gesagt. Das finde ich einfach sehr, sehr seltsam. Also, als ob sie damit jetzt hier irgendwie die Welt gerettet hätten. Sorry, also. Ja, aber kann es froh sein, was ich noch sagen wollte, kann es froh sein, dass er darauf nicht mehr eingegangen ist. Also, darauf würde das alles als Verschwörungstheorie und ganz böse Rechts frame, wenn er darauf eingegangen wäre. Und das war's. Es ist ein bürokratischer Akt. Es ist nicht so, dass das Geschlecht sich plötzlich von der Person ändert, sondern das richtige Geschlecht wird eingetragen. Und natürlich gehst du auch nicht hin und wahrscheinlich wird das auch nur. Das Problem ist halt, dass du dich willkürlich einfach ändern kannst jedes halbe Jahr. Das ist das Problem dabei, was ich jetzt daran sehe. Ich hab überhaupt kein Problem mit dem Gesetz an sich, aber ich find es nur weird, dass man das alle halbe Jahr ändern kann. Also, bist du nun trans oder nicht? Weil, also, zumindest diesen kurzen Zeitraum, den seh ich kritisch. Alles andere, okay, aber... Und vor allem der Widerspruch, das wird, aber da wird sie, glaub ich, eh noch mal gleich drauf kommen. Mit dem... Ja, wird sie gleich noch mal sagen, denk ich. Ich weiß nicht was, wirst du so fünf, sechs Geschichten mal hören, die es so in den nächsten Jahrzehnten geben wird, dass irgendwer jedes Jahr zum Spaß seinen Geschlechtseintrag ändert oder sowas. Ähm, aber die, also, insgesamt eine Transperson wird hingehen, wird den Geschlechtseintrag ändern und gut ist. Aber gibt's da nicht großes Missbrauchspotenzial? Nö. Gibt's einfach nicht. Es gibt schon Länder, da gibt's das seit zehn Jahren. Da gibt's seit zehn Jahren so ein Selbstbestimmungsgesetz, sogar noch liberaler als in Deutschland. Und diese ganzen, irgendwie Missbrauch oder sonst was davon, das gibt's einfach nicht. Also, es existiert nicht. Gibt's da nicht, oder was? Nein, das ist einfach eine Lüge, was Dara hier erzählt. In Spanien beispielsweise, da haben zahlreiche ältere Männer im Staatsdienst ihr Geschlecht gewechselt, um eben unter die Frauenquote zu schlüpfen. Beispielsweise. Es gibt auch sehr, es gibt auch einige Fälle von Gefängnissen, ne, wo die quasi, ja, einige Frauen auch, ne, Ferge, und auch sogar geschwängert haben, wohl in den USA. Weiß ich jetzt nicht, ob das, ich kann es wirklich, ich hab da bin da zu, zu, nicht tief genug drin, aber. Die Fälle gibt es. Die Fälle gibt es. Also, die gibt es auf jeden Fall, diese Fälle. Also, Dara lügt ja einfach. Das weiß er auch, er hat sich so viel mit dem Thema beschäftigt, er muss das wissen. Das könnte man zumindest erwähnen. Also, dass es gar kein Missbrauch zum Opferfall ist, stimmt halt einfach nicht. Es gibt definitiv Missbrauchsfälle. Wie hoch die jetzt ausfallen, kann man, muss man halt gucken, aber es gibt die definitiv. Und da hört man auch immer wieder von. Also, dass sie gar nicht gibt, stimmt halt nicht. Es ist halt nur ein Horrorszenario, was irgendwie aufgemacht wird von transfeindlichen Menschen. Es ist mehr, es ist wirklich, es ist, wie gesagt, in Argentinien und Dänemark zum Beispiel. Das hat halt null was mit Transfeindlichkeit zu tun. Wenn man, wenn man, wenn Frauen noch selber sagen, dass sie Bedenken haben, so, dann hat das was damit zu tun, dass man auch die Ängste anderer respektiert und das wollt ihr doch immer, dass man die Sorge und Nöte anderer respektiert oder nicht. Oder zählen Frauen jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, das sind die Falschen. Hm. seit 2011, abzubrechen. Niemand glaubt wirklich, und da, niemand glaubt, dass eine Finessi oder diese ganzen Leute, die auch wirklich, wo man, denen glaubt, das auch abnimmt, dass die das wirklich fühlen. Oder eine Lillischote. Niemand glaubt, dass die irgendwas machen. Aber es gibt halt Leute, die das ausnutzen. Darum geht. Es geht nicht um diese Leute, denen man das wirklich abkauft, die das auch wirklich machen. Aber guck mal, bei den Bi-Jan Tavasoli, guck mal, der hat das ja gut mit seiner Trollerei auf den Punkt gebracht, wie einfach, dass man das ausnutzen kann. Weißt du? Das ist ja das Ding. Ja, bei dem Selbstbestimmungsgesetz gibt es noch mehr kritische Punkte. Also du kannst beispielsweise Leute dafür verklagen, wenn sie deinen alten Namen verwenden. Und dabei die falsche Mimik und Gestik aufsetzen. Also das ist wirklich extrem starker Eingriff in die Meinungsfreiheit. Da sind wir wieder bei diesem Thema Meinungsfreiheit. Also du kannst wirklich sagen, ich heiße jetzt Sandra und wer mich nicht so nennt, wer meinen alten Namen verwendet, den verklage ich jetzt auch bis zu 10.000 Euro. Und da kann man auch sagen, vielleicht würde das auch jemanden missbrauchen, um einfach um Geld zu kassieren. Wer weiß? Man weiß nicht. Also das sind ja zumindest Dinge, über die man sprechen muss, offen sprechen muss, ohne gleich als transfeindlich abgestempelt zu werden. Weil wie gesagt, per se hätte ich gar nichts ergeben, wenn es eben nicht diese ganzen Missbrauchsfälle geben würde, die man ja auch beobachten kann. Ehrlich, die Walkisten wollen uns hier eine totalitäre Ideologie aufdrücken und ihre komisches Weltbild in Gesetzesform gießen und mit staatlichen Machtmitteln uns alle dazu zwingen, Lügen zu akzeptieren. Das ist das Problem bei diesem Gesetz. Also das Problem sind nicht die Transmenschen, das Problem ist die Ideologie dahinter und die ideologische Gruppe, die das pusht. Das Problem sind Leute wie Dara, um es hier mal ganz deutlich zu sagen. Zwölf circa ein Selbstbestimmungsgesetz. Es gibt dort diese Horrorszenarien nicht. Irgendwie Missbrauch davon. Also wirklich, es ist am Ende, als würde man irgendwie, keine Ahnung, was Missbrauch dahinter vermuten, dass jemand einen neuen Namen eintragen lässt. Das ist ja nicht dein richtiger Name, sondern du willst plötzlich einen neuen Namen, der anders ist. Das kann man ja missbrauchen. Jay Riddle, sei gegrüßt. Sei gegrüßt. Ich sehe gerade Jay Riddle im Chat. Bei Dara Bershing ist er da. Ja, kaum hat jemand Dara an. Ja, machen wir tatsächlich nicht so häufig. In letzter Zeit haben wir fast gar nicht auf ihn reagiert, aber heute dachten wir mal, geben wir uns zum Abschluss mal was Geistloses. Jay Riddle, falls du noch im Chat sein solltest, wir beide können auch gerne mal einen Talk machen. Ich hatte dich auf Discord auch angeschrieben, aber du hast irgendwie nicht geantwortet. Also schau gerne mal auf deinen Discord. Hatte ich dir schon mal geschrieben. Also auch dann gerne über diese Walkbubble hier auf Twitch. Die regt uns beide ja, ich glaube, aus unterschiedlichen Gründen auf. Falls du Lust drauf hast. Also wie gesagt, ich hatte dir da schon geschrieben. Naja, aber jetzt weiter zu Dara. Sei dich sucht und du heißt Rudolf und jetzt lässt du eintragen, dass du Wilhelm heißt. Die finden dich ja gar nicht mehr. Ja, wird alles nicht passieren. Es ist wie immer bei der Ampel. Ideologie triumphiert über Realität. Das Geschlecht wird von einer biologischen Tatsache zu einer Frage der Gemütsverfassung. Es ist einfach nur albern. Nee, also sie als falsch verstanden. Bisschen dumm, aber es ist Sarah Wagenknecht. Nein, also das ist halbrichtig. Ja, es gibt ein biologisches Geschlecht, mit dem wirst du geboren. Und dann das Problem ist halt bei Transmenschen, dass wir als Gesellschaft denen dann meistens das falsche Geschlecht dann zuweisen. Das heißt, wir... Ihr merkt wieder die konstruktivistische Ideologie. Also wenn ihr das hier richtig verstanden habt, was Sarah gerade gesagt hat. Er meint, dass diese Menschen nicht ihr eigentliches biologisches Geschlecht hätten, sondern das Geschlecht, was sie meinen, aufgrund ihrer Gender-Dysphorie zu haben, das wäre dann ihr biologisches Geschlecht. Das behauptet Sarah hier gerade. Und wer etwas anderes sagt, nun, der ist nun mal transfeindlich. Was auch sonst? Geben denen dann einen Geschlechtseintrag, der abweicht von deren biologischem Geschlecht. So, und das... Und die wollen uns das dann sagen. Wir sind dann diejenigen, die nach unserem Gefühl und unserem Empfinden Menschen das falsche Geschlecht zu ordnen. So, deswegen, die Ampel-Koalition hält sich eigentlich an biologische Tatsachen, weil trans Menschen sind ja... Also, du wirst damit geboren. Du kannst trans nicht plötzlich ablehnen. Das kommt offensichtlich in der Natur vor. Das kommt offensichtlich in der Biologie vor. Und wir als Gesellschaft handeln dann eben nicht nach... Das ist jetzt aber... Guck mal, damals hat er immer zum Beispiel... Das ist jetzt aber ein Natur-Argument, Dara. Aber Natur-Argumente sind nicht gut. Denn Natur-Argumente, das machen nur die bösen Rechten, habe ich gehört. Jetzt hat er selber gesagt, Natur. Oh, 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 Dara, ist da jemand rechts? Oh, 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 oh. Gefährliches Terrain, mein Freund. Biologische Tatsachen, in denen wir trans Menschen... Ja, ich habe es gesehen, ich antworte gerade im Chat zurück. Ah, okay, gut, gut. Wenn es nicht so gefährlich wäre, wenn sich Männer durch großen Sprechakt zur Frau erklären können, gehören Frauenschutzrechte und Frauenschutzräume der Vergangenheit an. Die spanische Zeitung El Mundo berichtet gerade, wie sich wegen häuslicher Gewalt angezeigte Männer mittels des dortigen Selbstbestimmungsgesetzes Zugang zu Frauenhäusern... Ja, die Zeitung El Mundo ist übrigens in... Also erstmal, die spanische Zeitung. Es ist halt auch geil. Spanien ist eins der Länder, wo tatsächlich die Toleranz zu trans Menschen am krassesten ausgeprägt ist. Tatsächlich ist es... Trans Menschen sind... werden sehr arg toleriert in Spanien. Lange Zeit Teil der Kultur und so weiter. Ich glaube sogar über 70, 80 Prozent Support in der Bevölkerung, was sehr krass ist. Das schon sehr lange. El Mundo ist sowas wie der Axel Springer Verlag, sowas wie die Bild in Spanien. Und dementsprechend verbreiten die rechtspopulistischen Müll. Sie hätte auch die Bild-Zeitung oder Julian Reichelt zitieren können. Und wir kennen die Bild. Also wir wissen, wie die funktionieren. Die erfinden einfach Geschichten. Die denken sich einfach, fuck it. Wir werden jetzt einfach irgendwas erfinden, damit wir eben die Menschen nach rechts hetzen können. Deswegen, wenn sie da die Zeitung El Mundo zitiert, also wirklich, also wir können ja mal... El Mundo! Also, äh, Newspaper. Machen wir noch. Jetzt. Äh, 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 äh. Das ist halt... Ne, also, klar, die Aufmachung ist ein bisschen nett. Ja? Aber ist es halt... Wann mal... Moment? Es ist halt ungefähr genau das Gleiche. Ne, you get the point. Ne, Großes Bild, große Letter, äh, ne, und so weiter. Ähnlich eben wieder bei der Bild-Zeitung. Wie gesagt, das ist halt einfach so die Bild-Zeitung aus Spanien. Die heißt schon so wie die Welt bei uns. Genau, El Mundo heißt halt die Welt, ne. Aber wir haben ja auch Welt und wir haben die Welt. Ne, muss man auch nochmal unterscheiden. In die ihre Partnerinnen geflohen sind. Und statt zu hinterfragen, warum viele Mädchen... Ja, nur so, wir könnten jetzt natürlich die Geschichte recherchieren, aber El Mundo hat das berichtet und Sarah Wagenknecht zitiert das hier. Wahrscheinlich ist das nie passiert. Sarah mag die Zeitung nicht, deswegen ist das nie passiert. Wir könnten das recherchieren, aber ich mag die Zeitung nicht. Was soll man dazu noch sagen? irgendwie, naja. Und wie gesagt, in Argentinien und in Dänemark gibt es schon seit, ich glaube, über zehn Jahren Selbstbestimmungsgesetz. Diese Sachen sind nicht passiert. Es ist einfach nicht passiert. Also wirklich. Natürlich, irgendwo gibt es immer den einen Fall oder sowas. Aber so machen wir keine Gesetze. Bei jedem Gesetz, was man irgendwie macht, gibt es irgendwie Missbrauch mal. Denkt an irgendein Gesetz. Wollen wir zum Fazit vorspringen? Also das wird mir ja langsam echt zu dämlich. Ja, er rudert so ein bisschen. Ich glaube, hier ist das Fazit. Ich habe eigentlich alles schon meine Meinung dazu gesagt. Also ich würde mich jetzt eh nur noch wiederholen. Ja, deswegen gucken wir uns an, was er zum Abschluss zu sagen hat und dann machen wir auch Schluss und rennen zu Quasi-Crocker. Das sind sämtliche politischen Positionen, die sie praktisch dort ausdrücken. Da ist nix mit. Hey, der Gender Pay Gap, der ist ziemlich weit auseinander und so weiter. Nee, sie geht sogar gegen sämtliche Feministinnen, die sich dafür aussprechen, dass da vielleicht mal was gemacht werden müsste. Ja, es gibt viele Feministinnen, die haben sich gegen dieses bescheuerte Selbstbestimmungsgesetz ausgesprochen. Aber die sind ja alle böse und rechts und Törfs und was weiß ich nicht. Also Dara hat direkt davor ein Video gemacht, wo er diese ganzen Feministinnen als Törfs beschimpft. Hier, ich kann es euch zeigen. Ja, das ist auch irgendwie. Ja, hier, die Fischbiologin und ihre Törffreundinnen heulen wegen dem Selbstbestimmungsgesetz. Also direkt das Video danach. Ja, weiß ich nicht, Dara, kannst du dich in Frauen reinversetzen, Dara, oder eher nicht so? das sind die falschen Feministinnen. Die liegen automatisch falsch. Dass sie vielleicht Bedenken dabei haben, naja, gut. Deswegen, da ist nix mit Törf. Der Törf, da suggeriert, dass die auch feministisch sind. Sind sie nicht? Die sind einfach nur transfeindlich. Und keine Ahnung, das war es halt. Vielleicht irgendwie liberal oder so. Die nennen sich aber Feministinnen als Törf, das ist eine Selbstbezeichnung, so nennen die sich. Ja, okay, gut. Ja, aber da gibt es halt auch konservative Vereine innerhalb der Republikaner, wo die Frauen sich als Feministinnen bezeichnen, weil der wahre Platz der Frau und die wahre Bestimmung der Frau ist doch in der Küche und so. Naja. Ähm, ja, deswegen, aber, aber ja, zurück zu Sarah Wagenknecht. ... Ideologie, von der nur die Pharma-Lobby und die Pharma-Industrie ... Also jetzt, jetzt dreht sie noch irgendwie den Kapitalismus-Spin da rein und so, ja, die Pharma-Lobby, die steckt dahinter, die möchte davon profitieren. Aber Dara, du hast uns doch im letzten Video erklärt, dass Wagenknecht voll kapitalistisch ist. Jetzt sagst du auf einmal, sie ist doch nicht so kapitalistisch, weil sie kritisiert das ja gerade. Hm, Dara, das ist sehr seltsam. Sarah, du brauchst gar nicht versuchen, Widersprüche aufzudecken. Er denkt sich jedes Video einen neuen, neuen, absurden Unsinn aus. Also da braucht man gar nicht versuchen, inhaltlich drauf einzugehen oder da auf Inkonsistenzen hinzuweisen. Da ist keine Konsistenz. Da ist einfach nur plump, hier ist eine Feindin und die muss jetzt irgendwie definiert werden. Und wahrscheinlich will sie einfach alle Transmenschen tot sehen, wenn sie sich zu dem Thema äußern. So, fertig, Ende, die ist einfach transfeindlich. Also das ist Dara's Argumentation. Ich denke mal, er sagt halt das, was die Leute hören wollen bei ihm. Ich meine, wir wissen ja, was passiert ist, wo er so ein bisschen aus der Reihe getanzt ist. Dara sagt nein zu diesem gefährlichen Irrsinn. Das ist ein gefährlicher Irrsinn. Okay. Das war nämlich gerade diese Rede von Sarah Wagenknecht. Wow. Aber ja, das existiert leider in der realen Welt. Ja, wenn Dara hier Walker-Kanzler wäre, dann würde das nicht existieren. Dann würden Leute wie Sarah Wagenknecht in Angst und Schrecken leben, wie Dara in der Vergangenheit auch schon gesagt hat. Ja, das war der Dara. Sarah, irgendwelche abschließenden Worte? Nee, wie gesagt, ich habe alles gesagt. Ja, Dara halt, ne? Ja. Ja. Ja.